Musik Kaum etwas ist für Ihr Wohlbefinden so wichtig wie das Raumklima. Dazu tragen Heizung und Wohnraumlüftung ganz entscheidend bei. Damit Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen müssen, gibt es jetzt die kostenlose 5-Jahres-Garantie von Wolf. Ohne Wenn und Aber. Das bedeutet, Wolf gewährt nicht nur auf das Material, sondern auch auf die Arbeitszeit volle 5-Jahre-Garantie. Darauf können Sie sich verlassen. Die Garantie gilt für alle in Deutschland gekauften und installierten Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen und Wohnraumlüftungen. Sowie für alle zeitgleich installierten Wolf-Komponenten. Das heißt für Sie, einfach ein gutes Gefühl und im Garantiefall kein Stress. Und so einfach geht's. Ihr Wolf-Gerät wurde von einem Wolf-Fachpartner in Betrieb genommen. Zuvor hat er Sie über die Garantiebedingungen informiert. Während der Inbetriebnahme registriert der Fachhandwerker Ihr Gerät für die Garantie. Sie lesen die Garantiebedingungen und unterschreiben die Einverständniserklärung. Nun erhalten Sie von Wolf ein Garantiezertifikat. Für einen möglichen Garantiefall heben Sie dieses, sowie die Inbetriebnahmebescheinigung und die Wartungsberichte bitte sorgfältig auf. Voraussetzung für die 5-Jahres-Garantie ist eine fachgerechte und regelmäßige Wartung mit dem Original-Wolf-Wartungs-Set. So sorgen wir für ein optimales Raumklima und einfach ein gutes Gefühl. Die Wolf 5-Jahres-Garantie. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und aber auch eine Fertigung. Ohne Wenn Und, aber wirims Vielen Dank.